So, willkommen zu einem kleinen Let's Play. Ja, eigentlich wollte ich unsere Welt vom letzten Mal weitermachen. Aber ich habe Windows nicht drauf gemacht und... Ja, die Welt ist weg. Von einer Besicherung gemacht, noch nicht. Na ja, gut. Ist eigentlich noch nicht so schlimm. Es gibt ein neues Weltgeschehen und das werden wir was machen, denke ich. Na, einige haben es sogar schon gespielt. Na gut. Kommen wir bei den Fahrzeichen. Helfen Sie, Professor Davy und seine Vorbereitungen. Der Ebashi-Kram zieht sich durch diesen Sektor und Dornoschaden, die eingeschrieben ist. Folgen Sie den Anweisungen von Professor Davy und Tiro Ebashi-Kram. Okay. Komm rein. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut im Hintergrund. Du weißt, ich ist Gott. Das ist die... Von YouTube, die man sich kostenlos runterladen kann. So für den Hintergrund. Und was ist das so ähnlich? Da gibt es richtig ein Lied oder was? Wo ich sehr positiv überrascht möchte. Ich verstehe mal Stück für Stück aus den Liedern. Ich muss eine kleine Pläne zusammenstellen. Einige habe ich schon. So schauen wir uns unsere Aufgabe jetzt zeigen natürlich. Benützen Sie das Monzrat, um die Kamerahöhe zu verändern. Und dann mach's aber. Ich habe lange nicht gespielt. Ich werde rein kommen jetzt. Magma kann man umwälzen. Boah, es dauert ja wieder lange. Ja gut, das ist das erste Mal, dass ich jetzt wieder eine Welt starte. Das ist wohl immer so lange dann. Ach, schon ärgerlich, dass in so einer Welt nicht mehr da ist. Wirklich sehr schade. Und so schön weit. Ich hätte das sogar weiter gebaut. Neue Ankerposition eingenommen. Alle Maschinen stopp. Wie war die Tassenbelegung? Echt schwer, das konnte man. Wir gucken wie das alles jetzt geht. Hm? Herzlich willkommen am Ibashi Tiefseegraben. Hi. Ich hoffe, Sie haben genügend Tauchausrüstungen mitgenommen. Hm, nicht wirklich. Oh jetzt wo ist, in so eine Unterwasserstation zu leben? Davon gehe ich aus. Hier sind einige Dinge, die Sie erledigen sollten, während ich die erste Projektphase einleiten. Okay. Ich hab mir erst mal Glieder bekommen, wenn ich wieder reinkomme. Das war Kenntnisse. Das Geheimnis ist die Paschi Tiefseegraben. So. Wie ging? Nee. So. Wo ist mein Schüppchen? Ihre Fähigkeiten entsprechen genau dem Anforderungsprofil dieses Auftrags. Schön. Hier. Oh, schon ein Minus. So. Konnte ich meine Kamera... Ah, okay, so konnte ich sie drehen. Mittleres Mausrum. So. Wie sieht die Insel überhaupt aus? Oh, das ist eine schöne große Insel. Oh, das ist eine schöne große Insel. Was haben wir hier für eine Insel? Ach so, allgemein. Ach, schon, das war allgemein. Wie ging... Ach, hier unten. Das war... Das war... Das war... Das war... Okay. Genau. Erstmal brauchten wir Ziegeln das ganze Zeug. Wie konnte ich jetzt... Ah, ja, ja. Das war's mal hier, ja. Ähm. Muss ich jetzt nicht noch... Ah, ja, hier war was. Okay, okay. Okay. Hier ist die Mine. Ich mach das mal. Ähm. Na gut, ich mach sie einmal. Vielleicht kann ich die Mine jetzt noch einsetzen. Das war jetzt schon mal zu fehlen. Wege, Wege und Bier. Ach so, gedrückt, halt. Okay. So. So. Um... Nä Ähm. Die Linke habe ich noch mal vollen, was ich jetzt mache. Die Linke ist mir nett. Ich fache mich nicht mehr an, was ich möchte. Das ist... Das ist ja klar, also. Damit tun wir das lieber ein Stück weiter weg, ne? Du hier soo... Oh ja... Du noch mal, meine... Was ist das hier noch so? Wo ging es nicht? Eine Minute... Ich hab's doch gedrückt... Was jetzt für den Augenblick ging... Gucken wir hier... Sooo... Jetzt geht's heute so... Weitere Gebäude stehen zur Verfügung... Juuu... Haben wir den Ressourcen... Ach, hier oben... Okay... Jetzt müssen wir gucken, wie das alles war... Was? Chequenst Text? Muss ich... Hä? Ist nicht überhaupt mein Ziel? Diese Pflanzen haben sie aber schön hergerichtet... Ach... Hier ist der... Hier ist der... Gives Siegeladen... Oh... Der fährt richtig schon... Cool... Hier ist der... Aber was so direkt unsere Aufgabe jetzt ist... Jetzt haben wir im Prinzip schon die Technologie, dass wir unser Wasser bauen können. Okay. Jetzt machen wir jetzt erstmal die grüne Billi. Ah, eine Faschingstuflinie. Ähm. Nee, davon vorgenommen. Genau. Was ist hier? Ich würde es ganz richtig anwenden. Das ist okay. Haben wir schon das? Wir müssen direkt darauf hinarbeiten. Das ist eine Indre-Gruppe. Das hier auch mit der drauf ist. Hier gibt es noch eine Tiefsee-Ende. Ich tippe mal drauf. Wir müssen uns hier ansiedeln, oder? Im Endeffekt. Die Ballgeräusche sind so cool. Ja, ich nehme an. Wir müssen uns hier auf dieser Unterwasser-Ebene ansiedeln. Na gut. Ach so, brauchen wir. Wenn wir die grünen Zahlen kommen jetzt hier. Ach, sind wir ja schon. Oh, das ist gut. Gucken wir mal wieder. Sehr optimistisch, heute. Endgreifen. So Benutzen. So bin ich dir jetzt auch so richtig inNew Bad 아 Space bean. die Casino das ist für uns ne näher sie jetzt genau meine aufgaben wenn ich jetzt echt worauf ich bin arbeiten muss ne 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 nachher schluss Führung Ach das ist doch ja hier hier Laboranten 50 Stück niemand die die beforderten worden 15 20 15 Funktionäre okay also müssen wir im Endeffekt das hier hinten das ist Carbon muss ach das funktioniert ok u 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 Ach ja, ich glaube vorher noch was. Ja, mehr so. Ja, jetzt ist Energie irgendwie so. Gut. Ich kann mich noch nicht daran erinnern, dass das sonst so schnell ging. Das wir uns entwickelt haben. Ganz gut. Ah, Tex. Zack, zack, zack. So. Haben wir erstmal einen Power-Holy-Sack. War gut. Wo kann man denn die Bilanz einstellen? Ach, hier. So, das grüne. Und die hier ein bisschen höher. Da ist uns vielleicht nicht mehr so negativ. Gibt es unten Deko? Ja, anscheinend nicht. Gibt es hier Deko? Ich dachte, es gäbe irgendwie. Ah, hier. Ach so. Ne, ist ein Steg. So toll. Hier gibt es auch noch nichts mehr. Das kam wohl in der Branche bestimmt. Oh, der harten Arbeit. Wo ist denn das jetzt? Ja, 155. Gut. Wann darf ich endlich zu einem richtigen Einsatz? Ich such grad, was ich dachte. Ach ja, genau. Ja. Wie geht es? Wir müssen entwickeln. Die Bilanz wieder grün. Oh! Nein, das ist ja grün. Ich nehme das Buch zum Zimmer. So, jetzt geht's. Ich lasse es nicht mehr. Ja, ja. Ich schrode. Und was ist auch gut. Und was ist das hier? Ja, komm. Ah, das passt dir nirgendswo hin, ne? So. Und dann machen wir das so. Zack. Und dann... Und dann... Ja. Gut. Und dann... Gut. Wollen wir noch mal sowas jetzt, ne? Na gut. Wir müssen erstmal gucken, wenn es ist, was das gelastet ist. Das kann man jetzt wegmachen. Das Kuchen jetzt. Guck mal. Guck mal. Guck mal. 30,50. 50 Tonnen Carbon. Ich muss das jetzt bauen. Was steht dann? Eine nanoskopische Materialstruktur. Keine... Keine... Was ist das? Was? Stadtgründung. Gründen Sie in die Stadt, in dem Sie folgende Schritte richten Sie in Duplex? In Duplex? In Duplex? Was ist das? Nee, aber du... Ach, das ist das ja. Ah, das habe ich doch gemacht. Die Stadtzentrum. Habe ich doch. Warte mal. Ist das das von den anderen? Global Trust ist das ein Schatzzentrum? Ich habe das im Punkt ganz schlecht. Sie zuhause. Oh, nö. Ich will die nicht machen. Ich mag die nicht. Ich will die nicht machen. Das ist das auch bestimmt. Die Tycoons. So Global Trust war das. Ja, das ist dieses Symbol, ne? Boah, das sieht schon aus. Ich baue jetzt auch mal her und... Moment, wir gucken mal. Ah, das ist das. Das war so ausschloch. Das war so ausschloch. 5 Wohnungen, okay? Mehr kriegt doch nicht. Neue Gebäude zum Bau bereit. Neue Gebäude zum Bau bereit. Das ist mega, Mensch. Informationen zur demografischen Verteilung der Bevölkerung verfügbar. Woho. So. Mehr gibt's nicht. Ich gruele mich, wie sein zu grünen. Seid mal eine kleine Vertreifung. Ich gruele mich, wie sein zu grünen. Was ist das? Nehmen Sie die Lieferung ein? Achso. Warte, 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 warte. Ich muss das mal leer machen. Wo ist denn die? Ich muss vielleicht den Quest machen, hier. Durchsuche Datenbank nach nützlichen Informationen. Und? Wie ist der Stand der Deck? Wohin soll das? Gut, aber wir müssen auf die neue Situation reagieren. Was? Wie soll ich denn das? Kann ich von euch hier? Aber die Zeit läuft. Ja, ja. Ich hab da auch gar nichts für unter Wasser zu fahren. Gibt's hier was? Kann ich hier? Was? Krimaran steht bereit. Krimaran steht bereit. Krimaran steht bereit. Übertrage Kommando-Protokoll. Das geht also nicht hier. Ich brauche noch mehr Lebensmittel, ne? Ei, 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 ei. Ach, hier ist ja das Heli da. Ja, ganz schön. Nur zur Sicherheit hier, dass... Hier hinten der Heli... Sehr schön. Ähm... Kann ich das schon noch weiter? Gut, das geht. Okay. Sie glauben ja nicht, wie viele Stunden intensiv gearbeitet haben. Ach, das konnte ich meinen so. Ach, ja. Komm her! Zack. Äh, die. Ja. Oh, es ist ein Wale. Wuch! Dann werden die! Wuch! Ich kann die nicht sehen. Oh, das ist schade. Wenn ich ihn noch so sehen könnte, wäre cool. So, abtauchen. Achso, jetzt hab ich's schon. Sind schon ein paar Bohnen. Juhu! Hallo, Delfine! Ja, sieht cool aus, ja. So, oh. Du, 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 du. Achso, noch hilft dann, Cowboy? Ist ja cool. Diktieren Sie ein, ja, Wohlheiser und die Begriffen sind die Bedürfnisse nach Nahrung. Ta. Haben alles, was Sie wollen. Sollte schon beten mit Ihnen, ja, schnell. Schön, dass ich helfen konnte. Wie lange ist es auch noch im Negativen? Ein paar Wohlheiser brauchen, hm? Dabei fällt nur ein, bald. Nur soviel, ETO ist auf Ihre Hilfe angewiesen. Ja, gut. Aufstiegsrechte gespielt, was? Einmal Dx2, was? Dx2 Vakuum Detonator. Was ist das denn? Was muss ich da machen? Gehen Sie sich, äh, um zu Ibagis Sans Kontor und nehmen Sie die gleichgestellten Zustandwerfen in Empfang. So schreiben wir davon und finden Sie mit Ihrer Hilfe die gesuchten Objekte in der auf der Minimit markierten Zone. Ich finde die Objekte in der Hilfe 7. Ah, die Backe. War gut. Bin schon unterwegs. Jetzt möchte ich auch noch was suchen. Ich dachte, genug Schippe kann ich das selber machen. Der Unterschied, ne? Mit dem mit dem her. Das ist viel schöner. Achso, ich brauch ja noch mehr. Moment. Dann muss ich sagen, du tust das mal. Für, für, für das hier. Was brauchen wir denn da eigentlich? Gut. Ich habe zugehört, dieses Gebäude zu halten mit den linken 57 Laboranten. Aktuell 33, brauchst du aber okay. Dann müssen wir bloß noch viel abwarten. Sure. Abtauchen. Angelegenheit für rutsamer vorgehen. Mach das unsichtbare sichtbar. Okay. Aktivierstieg. Nein. Slingstieg und intensivieren. Gut, es aktiviert wohin. Okay. Ob es nicht. Und rochen. Was, was, was? Na, zack. Sammeln ein. Sammeln ein. Sammeln ein. Trieb so drei. Wir haben nur sechs Stück. Ach ja. Sieben. Sieben. Sieben, ne? Ja. Und wieder zurück. So. Einwohl wir bringen den Auftrag. Juhu. Was ist denn das? Sieben, ne? Wo hier? ETO ist Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Oh Gott. Was hab ich jetzt gekriegt? Checkt an der Einheiten im Unkreis, sowohl feindlicher als auch Alliierten. Die ausführende Einheiten wird dabei zerstört. Oh. Juhu. Jetzt möchte ich nicht im Aktivierungsschuhl das drin haben. Gleich hier mache ich über die Basis und warum nicht so reißt alles. Das wär böse. Gut, jetzt haben wir gleich 50 Laboranten. Ah, das muss ich zu dir abbringen. Oh, warte, warte, warte. Das können wir gleich machen. Ähm. Wo ist denn Krabun? Hä? Ach, hier. So. Du, 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 du. Du, 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 du. So. Alle SAAT-Technologien sind selbstverständlich state of the art. Oder ich sammle erstmal. Ne, ich sag was. Nein, wir haben nur ein kurzes Zeitwitz. Ja, ich sammle erstmal. Ah, muss ich sagen, ne? Krabu. Was? Och, nö. Öl. Da brauche ich das dazu. Ich hab ja noch ein paar Quests. Das ist der Krabunen krieg. Ich brauche die Kohle miete und ich brauche Öl. Gleich hier so. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das hier kann man jetzt nicht. Na gut, dann nicht. Ah, wir reden immer rum. Gibt's doch nicht. So. Jetzt reicht's aber. Wie sind das denn, ne? Sehe ich das irgendwo? 1x5. Ihr Gespür. Na, wenn ja alle drin sind, dann kann es gehen. Na, wenn ja alle drin sind, dann kann es gehen. Na, hier kann ich mal reinstellen. Ein bisschen mehr. Ich hab das jetzt mal gesperrt. Ich hab das jetzt mal gesperrt. Ich hab das jetzt die ganze Merkzeuge verbrauchen. Die verrückten Merkzeuge werden ausstiegen. Aber wir müssen noch zurückbauen. Am besten natürlich wäre es. Wir haben wirklich gleich. Haben wir doch nicht. Scheiße. Irgendwas mit dem Material Werkzeug produzieren können wäre natürlich sehr von Vorteil. Ja, aber das ist nicht so. Das funktioniert. Ja komm, hört ab. Ach so, ich hab das eh ähnliches. Haha, ganz begann. So. Ähm. Geht doch mal weg. Waren die, geh zu. Könnte monge weg. Du tu tu tu. So. Und eine Brücke. zack Juhu Sieh was wir Sieh alles Gebäudeauswahl vergrößert Glückwunsch Glückwunsch Jetzt, ach, jetzt kann ich das auch schon liefern Okay Diese Erkenntnisse werden uns hier weiter Ach, du Bucke, das muss ich unterbrechen Muss unser Bein Muss unser Wasser errichtet werden Muss unser Wasser errichtet werden Okay, also kommt mich nicht drum rum Puh, da wird die erste nochmal los Bestellen wir mal was Dann können die auch Aufsteigen Hm Da zieht sich das ganz lange hin eigentlich Ich könnte eigentlich nur einfach einkaufen Jetzt hab ich von jeder Fraktion die Häuser So Und wie geht's hier da Ist da die Einfach im Einzugsbereich Haha Ah Okay, wir müssen seit umziehen Melden Anlieferung der bestellten Waren Ich kann doch überlegen Es müsste so klein sein Juhu Zack Und hier an unserer Seite werden wir das Kind schon scharkeln Und hier an unserer Seite werden wir das Kind schon scharkeln Oh Wie weit Geh ich meine Becher hin Moment Ich muss damit eine Straße machen Zack Hm So Hä Ach Mist Immer nur diese Typen Wann hab ich endlich zu einem richtigen Einsatz What's up, früh genug Aber so Na, wird es egal Ja Du meinst ich Nicht wir Oh Na gut, ihr seid ein bisschen beteiligt A Uhhh Wenn die Notaufnahme schnell Tuck tuck tck Tuck 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 Ähm wie ist das komisch Müsst es mir eigentlich schon längst noch andere Gebäude jetzt geben? Wurde werfen Ich würde es gerne werfen Das kann ich auch noch so gebunden haben Nein, ich glaube nicht Ja, da hat es ausgelastet, genau da wollte ich ja mal eins bauen Ja, das passt ganz gut hier hin Ich muss die Entleider da angucken Das ist so alles rum Ich bin ganz in den schon Ich steuere noch Gebäudeunterhalt Ne, die Hauptwahl Hab ich Militär? Oh Keine Scheiße, wenn ich mich mal aufwärten Ach immer, da brauch ich schon Oh Guck mal jetzt einfach noch mal Häuser zu bauen Klingt ja sogar auch nix Und Wie konnte ich denn die ausgeben worden, das klein Ah, bestimmt mal einen getroffen Guck mal draufklicken könntest du da nicht Ne Suchen sie etwas Was führt sie zu mir? Auf Besuch sind wir hier unten gar nicht vorbereitet Gut, zum Zeit Ne, hier war das nicht Ähh Warte, kommande gut Oder Ne, ich versuche nicht Wer war das denn mit denen? Ach, warte mal, ja, 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 ich glaube ich weiß wo das wo Ja Politiker, hahaha, toll das gibt's nicht Das ist aber shorter Das ist aber shorter Ich will sie nicht drücken, aber die Zeit läuft Kann ich hier was alles geben? Hm Hat er so'n Verkürt So, wie hab ich jetzt irgendwo hin? Was sind konkrete Koordinaten? Hm Hm Was ist das? Hm, ne Bitte irgendwo Wechsel Nee, das stimmt Schau, das ist der eigene Wir haben ja auch schon nicht auch noch so was verkauft Ich würde so'n Lebensmittel nicht mehr Keh und so machen Aber die grüne Bilanz wäre schon Schon ganz nice Hm Hm Das brauchen die erst noch bevor die sich aufwerten Oder erst verlangt hat 144 Ich hab' nicht Ich hab' nicht Ich hab' nicht Ich hab' nicht So Dann machen wir noch eins So Noch altem Einzugsbereich Juhu! Hier bin ich voller Inspiration! Erst gestern hab' ich eine neue Erfindung gemacht! Ah, das ist schön, das freut mich Der sagt nix Und hier Nix Ich hab' nicht 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 Hm Aber noch nicht Gut Die müssen ja als Sony auch nicht aufgewertet sein Ich brauch' was von denen Das Monos Carbon Das krieg' ich ja eigentlich alles zu Was fehlt jetzt hier? Strom Na gut, das kommt dann Okay, noch ein Block Da kommt schon der Abbau noch Dann werden die sich schnell aufwerfen Wenn man das mach' ich mal einfach zwick Trotz ist das leer dann hier mit dem Werkzeug So, vier Da muss ich noch ein Baum oder das mal Energieversorgung Mangelhaft Äh, ich weiß Ich weiß, wie haben wir es Ich weiß, wie haben wir es Regionierungen schon eben Boah, hier ist alles ganz gut Boah, hier ist alles ganz gut Boah, das Ding ging schon Eine Straßenverbindung Nee, sieht nicht so aus Okay So, zack Na gut, machen wir das mal Werdet euch auch Juuu Macht schon Das hier ist ein Abenteuer Aber ich glaube, wir werden es Meister Joa, habt da auch Keine Bedenken drin Dann ist das Erste Wenn das nicht öffert Ich nur die Bauaktion krieg Ich schalte das wieder auf Das sie erst nicht verbrauchen Dann baue ich erstmal eine kleine Mine Dass ich Werkzeug krieg Das kann aber typisch verkaufen Da kriegt man auch ganz gut Geld Credits Sind doch Credits ja auch gut Auf zu Das war ein bisschen Wie das wohl wäre, wenn ich so Mit der großen Gruppe auf der neue Insel aufbrichst Weil echt noch nichts ist man zwischen einfachen hütten hier am anfang so eine ganz neue kulturhalter aufbau ist eine neue stadt mit alten menschen dazu sagen ganz cool es von grund auf neu erschaffen auf einer insel jetzt ohne ohne solle diese technologie so jetzt von außen her nur dass das zeit mit bringt technologie das kann verwendet werden solartechnologie zum beispiel das oder ausrechnen bringen sich da halt von grund auf neu aufbaut anfängt für die bäume halt zu fällen vielleicht begann da muss der häuser so viel zu bauen zur zählen drauf ich bin es cool hier ist dieser touch von dann jetzt dabei der technologie und alles und nicht schlecht auch so halb halb ist der technologie geben aber das soll nicht mal im vorrang sein die häuser sehen dürfen wahrscheinlich in der gegend habe ich die hier oder so in stadtzentrum das sieht auch cool aus gefällt mir auch sehr schön vielleicht ist das leben hier nicht perfekt aber wir sind nahe dran ich finde gut hier ist das denn warum auch weiter und ist nicht schnell kommt doch alles ich bin die klinik vor uns fehlt ein rohlstoffe verändern Das war ein kurzes Zeitfenster. Naja, ja. So, halt gut. Hab ich das? Boah, echt zwei hier fehlen. Oh, meine. Könnte ich hier noch einen Saatgut reinbringen. Das wär ganz gut. Das hier ist ein Abenteuer. Aber ich glaube, ihr werdet es meistern. Und entwickeln diese Schnörgeln. Wie geht denn irgendwas? Die haben doch alles. Weil die hier sind? Fehlt bei denen denn irgendwas? Das haben sie doch oben. Jedes Mal haben wir. Ne, die haben wir. Keine Ahnung, warum die nicht ansteigen. Aber gibt's vielleicht mit dem Szenario jetzt hier. Oh, unsere Bilanz hat's wieder im grünen Bereich. Jooh. Weiter. Wie weit reicht denn das hier noch? Könnte man doch noch was bauen, ne? Ich brauch's nur so... Achso, ich bin schon. Ich brauch's nur so als für ein kleines Bräschen. Eins, zwei, drei. Zack. Ja, das ist mein zweifel Bereich. Gut. Fünfzehn Karnika, wow. Dann würde ich dann wieder in grünen Bereich finden. Kann man ja mal anfangen, um die unsere Wasserinsätze kämen. Mit dir an unserer Seite werden wir das Kind schon schaukeln. Nichts, thank you. Na, warum entwinnt ihr euch nicht? Das geht ja wie immer mal anfangen. Das haben doch alles, was sie brauchen. Okay. Sprechen wir erst mal. Wir sind doch noch. Ach nee, das ist ein Autosaves. Okay. Ich speichern erst mal. Newsärmer. Ganz einfach halten. Ist noch nichts weiter da. Gut, ich brauch jetzt mal eine kleine Pause. Danach geht's aber gleich weiter. Bis gleich.